So, in unserem letzten Kapitel möchte ich Ihnen noch die neue Render-Engine Cycles vorstellen. Und Cycles ist eine völlig neue Render-Engine, die es Ihnen ermöglicht, mit wenigen Klicks fotorealistische Renderings zu erstellen. Denn Cycles verwendet eine völlig andere Rendering-Technik als der normale Blender-Internal-Blender-Renderer. Also dieser Blender-Renderer, den haben Sie hier oben eingestellt, deswegen wird er jetzt verwendet. Aber man kann diesen Internal-Renderer auch umstellen von Blender-Renderer auf Cycles-Renderer. Und der dritte Renderer, der hier auftaucht, das ist die Blender-Game-Engine, aber die wird auf dieser DVD nicht behandelt, denn das wäre nochmal ein völlig neues Thema und würde viel zu weit führen. Also, in diesem Kapitel wollen wir Cycles-Renderer verwenden. Und bis jetzt hat sich noch nicht viel getan, aber wenn Sie mal hier schauen, schon die Einstellungen sehen etwas anders aus. Also wir haben hier zwar natürlich Dimensions und Output, aber dann sind hier ein paar ganz andere Panels aufgetaucht. Wenn ich nochmal umstelle zu Blender-Renderer, dann verändert sich das wieder. Cycles ist seit etwa einem Jahr in Entwicklung und schon erstaunlich stabil und hat viele tolle Features und ermöglicht eben eine völlig andere Art des Renderings. Doch die Entwicklung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, also einige wichtige Features fehlen noch und deswegen ist auch dieses Kapitel eher so ein Add-on am Schluss. Auf lange Sicht wird Cycles vermutlich den Blender-Internal-Renderer ersetzen oder zumindest kompletieren. Doch bis jetzt hat der Blender-Internal-Renderer eben noch seine Berechtigung als Standard-Renderer. So und ich will Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen, was mit Cycles alles möglich ist. Das kann man am besten demonstrieren, wenn man Cycles mal etwas rendern lässt. Und das Schöne bei Cycles ist, das kann man zwar machen, indem man hier das rendert, was die Kamera sieht, aber der große Vorteil ist eben auch, dass ich hier interaktiv das rendern kann, was hier in meinem Viewport ist. Und dazu muss man das Viewport-Shading umstellen, deswegen gehe ich mal hier auf diesen Button und stelle das um von Solid auf diese neue Option, die hier erschienen ist, gerendertes Viewport-Shading. Und damit ist auf einmal alles grau und sieht erstmal nicht sonderlich spektakulär aus, aber wenn ich jetzt mal hier am Fuße von diesem Würfel noch eine Fläche erstelle und diese Fläche hochskaliere, dann sehen Sie, dass wir jetzt hier einen interaktiven Schatten haben. Das heißt, ich kann mich jetzt hier genauso wie im Rest von Blender auch mit meiner mittleren Maustaste mal umschauen und kann mir genau angucken, wie hier dieser Schatten verläuft. Also das, was hier dargestellt wird, das ist genau das, was normalerweise auch nur im Rendering sichtbar wäre. Also ich kann natürlich auch immer noch auf 0 drücken, um durch die Kamera zu schauen. Das wäre jetzt also das Ergebnis meines Renderings. Also wenn ich jetzt mal auf Render Image klicke, dann wird genau das gerendert. Sehen Sie ja hier. Aber genau das Ergebnis kann ich mir eben auch direkt live im Viewport anschauen. Und nicht nur das, ich kann hier auch interaktiv die Beleuchtung anpassen. Das heißt, ich sehe zwar jetzt meine Lampe nicht hier, aber wofür haben wir denn unseren Outliner? Also, ich wähle mal die Lampe aus und drücke jetzt hier G, obwohl ich die Lampe gar nicht sehe, aber ich drücke mal G. Und wenn ich jetzt hier die Maus bewege, dann sehen Sie, wie sich hier jetzt auch die Beleuchtung verändert. Es braucht zwar ein bisschen, bis es wieder nicht mehr ganz so grisselig dargestellt wird, aber das ist relativ schnell der Fall. Und dann haben wir jetzt wieder hier unsere andere Beleuchtung. So, und jetzt kann ich hier die Lampe auswählen und eine Farbe einstellen zum Beispiel. Ich kann die Lampe aber auch duplizieren mit Shift-D. Die hier rüber bewegen, kann die Farbe ändern und so weiter. Also, das ist eine völlig neue, interaktive Methode, hier die Beleuchtung und das Material einzustellen. Denn es hört ja nicht bei den Lampen auf. Auch das Material können wir interaktiv einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Würfel auswähle, also auch wenn ich hier den Umriss nicht sehe, einfach mit der rechten Maus, das du mal hier drauf, dann kann ich hier in den Materialeigenschaften auch eine Farbe einstellen. Rosa zum Beispiel. Das Schöne an Cycles ist ja nicht nur, dass wir hier dieses interaktive Viewport-Rendering haben, sondern das Cycles auch etwas beherrscht, was der interne Blender-Renderer nicht kann. Nämlich indirekte Beleuchtung. Und das will ich Ihnen jetzt mal im Folgenden demonstrieren. Denn bis jetzt ist es ja noch relativ direktes Licht. Also wir haben hier unsere beiden Lampen und die scheinen in die Szene. Deswegen wird es da hell. Das ist jetzt keine große Überraschung. Aber um jetzt Ihnen dieses indirekte Licht demonstrieren zu können, teile ich mir erstmal diesen Viewport. Also dass wir jetzt hier die normale Solid-Viewport-Shading-Ansicht haben und hier noch die Render-Vorschau. Und jetzt nehme ich mal die beiden Lampen und lösche die. Also xDelete. Und es ist immer noch hell. Nun das ist ein Effekt, den kennen wir ja auch schon von dem Blender-Renderer. Nämlich, das hier ist im Grunde sowas wie Environment Light. Also wir haben eine Farbe von dem Welthintergrund, nämlich dieses Grau. Und dieses Grau trägt auch zur Beleuchtung bei. So, das können wir jetzt mal ausschalten, indem ich hier in den Welteinstellungen bei Farbe das auf Schwarz setze. So, jetzt sehen wir nichts mehr. Keine große Überraschung. Und jetzt möchte ich Ihnen was demonstrieren. Nämlich, ich setze jetzt mal hier an dem Würfel ein Area Light. Also Lamp, Area. Bewege das hier etwas hier rüber. Gut, das wird natürlich hell. Logisch. Aber das drehe ich jetzt mal entlang der Y-Achse, sodass es hier nur noch nach oben scheint. So, also jetzt scheint es nur noch nach oben. Und deswegen ist unser Fußboden hier auch dunkel. Aber das Tolle ist jetzt, dass wenn ich hier drüber ein Objekt erzeuge, dann wird dieses Objekt dann diesen Lichtstrahl zurückwerfen und damit die Szene beleuchten. Jetzt erstelle ich mal hier oben eine Fläche, also Add Mesh Plane. Und Sie sehen, wie es hier jetzt auch hell wird. Und dann wird das hier auch hell. Und das Licht, was wir jetzt hier sehen, ist eben ausschließlich indirektes Licht, sodass wenn ich jetzt dieser Fläche ein Material gebe und diese Materialfarbe dann ändere, dann wird sich auch das indirekte Licht von dieser Materialfarbe beeinflussen lassen und erzeugt damit eine andere Farbe. Also jetzt stelle ich mal die Farbe von dieser Fläche zum Beispiel auf grün und damit haben wir jetzt hier eine grüne Lichtabstrahlung. Deswegen ist es hier jetzt auch grün. Und zwar ohne, dass ich das Licht meiner Lampe in der Farbe anpasse. Das kann ich natürlich trotzdem tun. Also mal gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt eine, weiß ich nicht, ein gelbes Licht erzeuge mit der Lampe. Und das ist jetzt ein äußerst interessanter Effekt, wie ich finde. Denn hier bei rosa, beziehungsweise rot, haben wir überhaupt kein Licht mehr in der Szene. Doch wenn ich hier die Farbe ändere, wieder ins gelbliche, grünliche, bläuliche, dann ist es hier immer noch hell. Denn da die Fläche jetzt hier komplett grün ist, wird dieses rote Licht, was von der Lampe kommt, komplett absorbiert. Und erst wenn ich die Farbe verändere, wieder zum Beispiel hin zu grün, haben wir wieder eine Beleuchtung. Und damit kann ich jetzt die physikalischen Eigenschaften des Lichts simulieren. Und deswegen spricht man auch von einem physikalischen Global Illumination Renderer. Und global deswegen, weil nicht nur die Lampen verwendet werden, um Licht zu erzeugen, sondern alles in der Szene, also alle Oberflächen, strahlen Licht ab und tragen zur Beleuchtung bei. Nun, da Cycles eine völlig andere Rendering-Methode als der normale Blender-Renderer verwendet, gibt es natürlich auch ganz andere Render-Einstellungen. Also einmal haben wir natürlich den Button Render Image und Render Animation und so weiter. Die Dimensions, das kennen wir auch schon. Aber dann gibt es hier noch ein paar Einstellungen, die wir beim Blender-Renderer nicht haben. Nämlich die wichtigste ist sicherlich hier Integrator. Denn bei Integrator, da können Sie einstellen, wie viele Samples gerendert werden. Also genau wie Ambient Occlusion oder die Area Lights, die wir ja von dem Blender-Renderer kennen, gibt es auch hier bei dem Cycles-Renderer diese Samples. Und Sie sehen auch hier dieses kleine Rauschen. Und je mehr Samples von Cycles gerendert worden sind, desto rauschfreier ist das Bild. Und Sie sehen jetzt, dass hier sowohl für Render als auch für Preview jeweils 10 Samples eingestellt ist. Und je mehr Samples hier eingestellt sind, desto besser ist die Qualität. Und es gilt dann natürlich für das finale Rendering so viele Samples zu rendern, die man braucht, damit das Bild rauschfrei ist. Doch um jetzt rauszufinden, wie viele von diesen Samples man braucht, kann man eben hier den Viewport verwenden. Denn, Sie sehen, bei 10 Samples ist es ganz offensichtlich noch nicht rauschfrei. Und es gibt hier auch keine Faustregel. Also es kann mal ein Bild rauschfrei sein bei 100 Samples. Es kann aber auch sein, dass Sie bis zu 500 oder mehr Samples brauchen, bis Ihr Bild wirklich rauschfrei ist. Und das hat in dem Falle wirklich auch etwas mit den Oberflächen zu tun. Also besonders Transparenzen, unscharfe Reflektionen, Transparenzen. Also all das kann zu einem starken Rauschen führen an bestimmten Stellen von dem Bild. Und da brauchen Sie dann eben genug Samples. So, aber um jetzt rauszufinden, wie viele Samples wir brauchen, da stelle ich jetzt mal die Preview auf 20, um mal auszuprobieren. Und Sie sehen, hier werden jetzt noch weitere Samples gerendert. Aber bis jetzt ist das Bild immer noch nicht ganz rauschfrei. Und statt jetzt immer diese Zahl zu erhöhen, um rauszufinden, wie viele Samples man braucht, kann man die Zahl auch auf 0 stellen. Denn wenn die auf 0 steht, dann ist es ein unendlicher Rendervorgang. Also jetzt wird Blender niemals aufhören, hier zu rendern. Und es werden also fortwährend neue Samples berechnet. Und sehen, dass jetzt so langsam das Rauschen verschwindet. Und bei 100 Samples, da wird das so langsam akzeptabel. Also ein bisschen Rauschen ist hier noch. Aber ich würde sagen, dass jetzt so bei 150 oder bei 200 wir ein rauschfreies Bild haben. So, und das kann ich jetzt anhalten, hier mit der Pause-Taste. Und damit wird das Viewport-Rendering beendet. So, und jetzt weiß ich also, bei 160 oder 200 Samples habe ich ein rauschfreies Bild. Deswegen kann ich die Preview wieder ganz normal einstellen, zum Beispiel auf 10. Und wenn ich jetzt mein Bild rendern will oder meine Animation, dann stelle ich das jetzt auf, nehmen wir mal 170 Samples. Und wenn ich jetzt auf Rendern drücke, dann werden hier 170 Samples berechnet. Allerdings ist auch diese Methode jetzt etwas fragwürdig, denn wir rendern gerade bei einer ganz anderen Größe, als wir im Viewport hatten. Also das Bild, was jetzt hier berechnet wird, das ist größer als das Bild, was wir im Viewport gesehen hatten. Und daher werden wahrscheinlich auch mehr Samples verwendet werden müssen. Denn wenn ich zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Bild habe, was hier im Viewport gerendert wird, was weiß ich, nur 20 Pixel breit, dann komme ich natürlich mit viel weniger Samples aus, als wenn ich hier ein großes Bild rendere. Aber schauen wir mal, wie das aussieht. Also ich würde sogar sagen, das haut immer noch hin. Also ich denke, dass bei 170 Samples wir ein mehr oder weniger rauschfreies Bild haben werden. Also diese Samples, das ist so mit die wichtigste Einstellung bei Cycles überhaupt. Also ich gehe mal runter zu dem Integrator. Und hier haben wir jetzt neben den Samples auch die Bounces, die Light Paths, also die Lichtpfade, und die Transparenz-Einstellung. Und die sind alle miteinander verwandt. Ich fange mal hier oben bei den Bounces an. Also mit diesen Bounces kann man einstellen, wie häufig ein Lichtstrahl von einer Oberfläche abgestrahlt wird, auf eine andere Oberfläche trifft und hier so nach und nach durch die Szene wandert. Und je weniger Bounces ich habe, desto unrealistischer wird mein Bild natürlich. Und wenn man das auf das Minimum stellt, also auf 1 oder auf 0, dann haben wir im Grunde nur noch direkte Beleuchtung. Ich kann das einmal demonstrieren. Also ich stelle mal beides auf 1 und mache mal den Pausenknopf wieder aus. Und jetzt sehen Sie hier, es ist zwar immer noch so rauschig, aber wir haben hier nicht mehr diese rosa Abstrahlung von dieser rosa Oberfläche von dem Monkey. Also nochmal zum Vergleich. Sobald ich hier die Bounces erhöhe, dann wird jetzt diese rosa Oberfläche auch etwas Licht abstrahlen, sodass hier jetzt ein ganz leichter rosa Schimmer ist. Und je mehr Bounces ich zur Verfügung habe, desto realistischer wird mein Bild, weil ich dann eben mehr indirekte Beleuchtung habe. Nun haben wir im Moment noch diese Minimum-Einstellung von 1. Das heißt, Cycles verwendet hier jetzt einen bestimmten Algorithmus, um das Ganze zu beschleunigen. Also er versucht mit einem Algorithmus rauszufinden, ob er nicht bestimmte Pfade vorher abbrechen kann, sodass er in manchen Fällen dann weniger Bounces verwendet, um Zeit zu sparen. Und je höher ich diese Zahl stelle, desto weniger von diesen Lichtpfaden werden jetzt verfrüht abgebrochen. Sodass jetzt dieser Bereich unter meinem Monkey jetzt immer heller wird und immer mehr von diesem indirekten Licht verwendet. Und das kann man natürlich immer weiter treiben. Und je besser diese Einstellungen sind und je mehr Bounces ich habe, desto realistischer wird das Ganze. Und diese Standardeinstellung von 3 und 8, das ist also ein ganz gutes Verhältnis, um hier schnelle Renderings zu kriegen, die trotzdem genug indirekte Beleuchtung verwenden. Es ist natürlich so, dass wenn ein Lichtstrahl auf einer Oberfläche auftrifft, dann wird von dieser Oberfläche Licht absorbiert, das heißt die Lichtenergie wird geringer, sodass das Licht, was von dieser Oberfläche dann abgestrahlt wird, das hat auch eine geringe Energie, sodass wenn dieser Lichtstrahl dann auf eine nächste Oberfläche auftrifft, dann wird das Licht hier dunkler sein. Und immer so weiter, das heißt nach 8 Oberflächen, nach 8 Bounces, ist mein Lichtstrahl viel dunkler als am Anfang. Und deswegen trägt dieser Lichtstrahl dann auch weniger zu meiner Beleuchtung bei. Und aus dem Grund kann man hier halt etwas Zeit sparen, wenn man die Bounces runterstellt, denn dann muss einfach nicht so viel berechnet werden. Und ganz ähnlich verhält es sich hier mit diesen Light Paths, also den Lichtpfaden, denn Cycles kann unterscheiden, ob ein Lichtstrahl hier von einer diffusen Oberfläche zurückgeworfen wird oder von einer glänzenden, also glossy, von einer glossy Oberfläche. Und gerade diese glossy Light Paths, die sind komplizierter zu errechnen und brauchen mehr Light Paths, also brauchen mehr Pfade, damit sie ein realistisches Ergebnis erzeugen. Und genauso ist es bei der Transmission, also wenn ein Pfad durch eine Oberfläche hindurch geht, auch dann muss hier in der Regel mehr berechnet werden. Das ist natürlich relativ kompliziert einzustellen, aber wir haben hier ein paar Presets, die kann man hier oben auswählen. Normalerweise steht hier oben Integrator Presets, aber ich hatte zwischendurch schon mal auf Full Global Illumination umgeschaltet. Aber ich aktiviere das jetzt nochmal, also Full Global Illumination und jetzt werden hier die Bounces, also die Maximum Bounces auch auf 128 gestellt. So und ich stelle jetzt mal die Preview wieder auf 0, damit wir hier eine unbegrenzte Berechnung haben. Und bei dieser sehr simplen Szene macht das natürlich jetzt kaum einen Unterschied, ob hier das normale Preset verwendet wird, also 8 und 3 oder hier diese Full Global Illumination. Einfach weil hier das so simpel ist zu berechnen, dass hier gar nicht viel gemacht werden muss. Aber um den Unterschied nochmal zu verdeutlichen, wenn ich hier auf Direct Light stelle, also direkte Beleuchtung, dann haben wir eben wieder hier diesen Effekt, dass gar keine Bounces verwendet werden. Also hier ist jetzt wieder nur dunkel und keine rosa Abstrahlung. Und auch die Oberfläche hier unten drunter unter diesem Monkey Head, auch das ist jetzt dunkel, weil es nicht durch das indirekte Licht von der Tischoberfläche beleuchtet wird. Ja, aber warum ist das so? Ich meine, wir haben hier jetzt 8 und 8, aber wir haben hier eben auch 0 und 1. Nun, das liegt daran, dass in dem Falle jetzt diese Einstellung die maximalen Bounces hier oben überschreiben. Sodass eben auch, wenn hier 128 steht, dass umgekehrt diese 128 von diesen 8 Bounces hier oben überschrieben werden. Also wenn eingestellt ist, dass ich maximal 8 Bounces verwenden darf, aber dann die diffusen Lichtpfad auf 0 beschränkt werden, dann bringen mir diese 8 Bounces hier oben nicht viel, denn es wird eben bei 0 dieser diffuse Lightpfad beschnitten. Und genauso ist es bei Glossy. Also auch bei Glossy wird hier jetzt nur eine Lichtpfad, nur eine Reflexion verwendet. Und ich denke, ich kann Ihnen das noch besser verdeutlichen, wenn wir noch ein paar andere Materialien verwenden. So, die Materialien finden Sie bei Cycles natürlich genau wie bei Blender Internal auch, hier in den Material Properties. Aber sie sehen etwas anders aus. Ich wähle mir nochmal den Tisch. Und der Tisch, der verwendet jetzt ein Material, ein Standardmaterial aus Blender, also aus dem Blender Internal. Und wenn das der Fall ist, dann wird hier sehr wenig angezeigt. Denn erstmal muss ein ganz neues Material für Cycles erstellt werden. Also was wir hier sehen, ist eigentlich nur die Farbe und dann ein Button namens Use Nodes. Und wenn ich hier mal draufklicke, dann erscheinen ein paar weitere Settings, aber eben noch nicht so viel. Denn die Materialien in Cycles können am besten eingestellt werden mit einem Node Setup. Also Nodes, die kennen wir schon aus dem Compositing. Und diese Nodes werden von Cycles eben verwendet, um die Materialien genau einzustellen. Man kann allerdings auch für den Anfang erstmal ohne Nodes auskommen. Und zwar, sobald hier eingestellt ist, dass ein Material Node verwendet wird, wird ein neuer Shader erzeugt. Und dieser Shader, der schadet oder der stellt die Oberfläche ein, die Surface, wie die berechnet wird. Und der Standard Shader ist hier ein Diffuse Shader. Also wenn hier Diffuse BSDF steht, das ist die Bezeichnung von diesem Diffuse Shader, dann kann man hier eine Farbe einstellen, also zum Beispiel jetzt den Tisch irgendwie so bräunlich, und eine Roughness, also ein Rauheitswert. Diesen Rauheitswert, den gibt es in Blender auch. Und zwar, wenn Sie statt dem normalen Diffuse Lambert Shader den Orin Nair Shader verwenden. Den hatten wir noch nicht besprochen. Aber auch da gibt es diesen Roughness Wert. Und den kann ich, glaube ich, am besten zeigen, wenn ich nochmal hier diesen Monkey auswähle und hier die Roughness erhöhe. Jetzt gehe ich hier mal hoch. Und vielleicht sieht man es hier, dass jetzt das Licht an der Oberfläche etwas anders verläuft. Ich stelle das mal auf 1, sodass es jetzt hier etwas dunkler wird. Das sieht eigentlich fast ein bisschen, fast schon samtig aus hier an der Oberfläche. Vielleicht kann man das besser sehen, wenn ich mal die Privy aus 30 stelle und etwas reinzoome. Und dann kann ich das mal auf 1. Also das ist jetzt mit Roughness 1 und das ist mit Roughness 0. Also hier, das wird etwas heller. Also dieser Roughness Slider, der kann die Oberfläche etwas abdunkeln sozusagen. Also es wird das Licht so über die Oberfläche geführt, als wäre es etwas rau. Es würde sich in so kleinen Vertiefungen festsetzen und daher nicht so gut über die Oberfläche drüber gehen. So, also das ist dieser Diffuse Shader. Und dann gibt es hier, wenn Sie mal draufklicken, eine ganze Reihe anderer Shader. Also Diffuse hatten wir schon, dann Glossy. Glossy ist im Grunde eine spiegelnde Oberfläche. Allerdings hatte ich ja bei Diffuse den Roughness Wert auf 1 eingestellt und deswegen haben wir jetzt hier auch eigentlich keine spiegelnde Oberfläche, sondern nur so einen ganz matten Glanz. Und auch diesen Effekt, den kennen wir schon von dem Blender Internal Renderer, nämlich das wären dann diese Blurry Reflections, wo ich den Glossy Slider von 1 auf etwas Kleineres gestellt hatte. Also hier ist es im Grunde ganz umgekehrt. Also wenn der Wert hier bei 0 ist, beim Roughness Wert, dann haben wir eine spiegelnde Oberfläche und erst wenn ich diesen Wert erhöhe, dann wird diese Spiegelung so etwas rauer, dann haben wir so eine, ja, so eine weiche Spiegelung. Und je größer dieser Wert, desto glänzender, oder desto matt glänzender wird diese Oberfläche hier. Jetzt will ich mal dieses rosa loswerden, einfach eine ganz normale spiegelnde Oberfläche haben. Also so zum Beispiel, also so kann man mit diesem Glossy Material sehr schöne Metall- und glänzende Plastikoberflächen erstellen. Dann gibt es neben Glossy, gibt es auch noch natürlich Glas. Und Glas, da muss ich nicht viel zu sagen, das ist halt eine Glasoberfläche. Aber da ja auch Glas nicht unbedingt immer so ein voll transparentes Glas ist, gibt es auch hier diesen Roughness Wert, sodass, wenn ich den auf Null stelle, dann haben wir eben eine völlig klare Glasoberfläche. Und wenn das hier so größer eingestellt wird, dann ist es hier so ein mattes Glas. Auch hier gibt es diesen IOR, den Index of Refraction, den kennen wir auch schon von Blender. Also den Brechungsindex. Und wenn der bei 1 ist, dann geht das Licht hier einfach nur so durch, wird nicht gebrochen und sieht vollkommen unrealistisch aus. Wenn der Index of Refraction bei 1,33 steht, dann wäre das so der typische Brechungsindex von Wasser. Und je höher dieser IOR, desto mehr wird das dann in Richtung Glas. Das habe ich mich vertippt. Das sollte eigentlich 1,6 sein. So. Also das wäre so eine typische Glasoberfläche. Also 1,53, sowas in der Ecke. Dieses Glas kann man dann natürlich noch einfärben, je nachdem, wie hier die Farbe ist. Haben wir jetzt mal ein grünes Glas und so weiter. Aber ich lasse es jetzt mal bei weiß. So, also das ist Glas. Jetzt gibt es noch verschiedene Glas-Shader. Also der Standard ist hier Beckmann. Und dann gibt es noch andere Arten von Glasoberflächen. Das kann man einfach mal ausprobieren. Aber der Standard ist hier einfach Beckmann. So, dann gibt es hier noch verschiedene weitere. Also Translucent zum Beispiel. Das sind hier so halbtransparente Oberflächen, wo das Licht nicht wirklich durchgeht. Also man kann nicht durchschauen. Aber das Licht geht in die Oberfläche hinein und erhält das. Also das ist wie so, ja, Haut wäre zum Beispiel auch Translucent. Ich nehme jetzt mal gerade diese Lampe und bewege die etwas näher hin. Das ist mir gerade ein bisschen zu dunkel. So. Dann haben wir noch Transparent. Also das verwendet keinen Index of Refraction. Ist also einfach nur transparent, ohne jetzt groß irgendwie das Licht zu brechen. Velvet ist Samt. Auch hier haben wir diesen Extra-Regler. Und je nachdem, wie dieser Regler eingestellt ist, verändert sich die Oberfläche. Und mit diesem Velvet-Regler kann man also hier schöne Samt-Oberfläche machen. Wo also bei direktem Draufschauen ist es etwas dunkler. Und nur am Rand hat man hier diesen samtigen, hellen Glanz von der Materialfarbe. Emission, das ist eine Besonderheit, die Blender auch nicht kann. Da haben wir zwar diesen Wert eben mit, aber Blender Internal kann kein Licht emittieren. Das ist einfach nur eine selbst leuchtende Oberfläche. Die beleuchtet aber nichts anderes. In Cycles ist das eben der Fall. In Cycles kann ich jetzt auch mit Meshes andere Oberflächen beleuchten. Das heißt, wenn ich das nochmal zu einem ganz normalen Diffuse-Material mache und mir eine Fläche erzeuge. Und Sie sehen, ich kann hier auch im Viewport modeln. Also das ist wirklich spektakulär, muss man fast sagen. Also hier kann ich jetzt mit dieser Fläche eine Lampe erzeugen, indem ich hier ein Material vergebe und dieses Material von Diffuse auf Emission stelle. Und jetzt haben wir hier ein selbst leuchtendes Material, das nicht nur sich selbst beleuchtet, sondern auch hier unseren Monkey Head. Sodass ich mir diese Lampen auch sparen könnte, ich drücke jetzt mal H, um die zu verstecken. Jetzt haben wir also nur noch dieses Mesh Light, wie das genannt wird. Und mit diesem Mesh Light kann ich die Szene beleuchten. Sodass ich jetzt hier bei dem Material, wenn ich die Stärke erhöhe, die Strength, auf 10, kann ich jetzt die Lampe heller machen. Also das wäre das sogenannte Mesh Light. Und dann gibt es noch verschiedene andere Shader, da kommen wir aber noch zu. Also auf diese Weise können Sie hier die grundlegenden Materialien einstellen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Punkt von den Materialien, nämlich die Materialien verwenden eigentlich Nodes. Und Sie sehen ja hier oben, hier haben wir das Monkey Material mit einem Node. Das steht jetzt zwar an None, also scheinbar wird kein Node verwendet, aber jetzt schauen wir uns doch mal diese Nodes an. Und dafür ändere ich jetzt hier mal den Viewport zu einem Node Editor. Und siehe da, wir sind hier in den Materialnodes und sehen hier ganz klein zwei kleine Kästchen, wenn ich hier mal reinzoome, dann haben wir einen Input und einen Output, nämlich einen Materialoutput. Ist also ganz ähnlich wie die Compositing Nodes, die wir ja schon kennen. Würden wir ja auch hier haben. Können wir auch sagen Use Nodes. Wollen wir aber nicht. Deswegen laschet die mal und gehen mal wieder zurück zu den Materialnodes. Denn hier kann man jetzt eben Materialien auch miteinander vermischen. Das heißt, im Moment habe ich einen Input, nämlich einen Diffuse Shader. Jetzt kann ich aber noch einen zweiten Shader hinzufügen, also einen zweiten Materialnode. Deswegen zoome ich hier mal etwas raus, drücke Umschalt A und kann jetzt hier bei Shader einen neuen Shader erzeugen. Zum Beispiel Glossy. So, noch hat sich hier nichts verändert, aber jetzt kann ich das Input hier ersetzen, sodass ich jetzt hier mal statt meinem Diffuse Shader einen Glossy Shader hier reinziehe in Surface, sodass wir jetzt hier ein Metall haben. Und das Schöne ist, ich kann diese Nodes jetzt nicht nur ersetzen, ich kann die auch miteinander vermischen. Also Umschalt A und jetzt muss man mal ein bisschen suchen, bis wir da einen entsprechenden Note finden. Hier bei Shader gibt es den sogenannten Mix Shader. Und mit Mix, Sie ahnen es schon, kann ich diese beiden Materialien miteinander vermischen. Und wenn ich das jetzt hier ersetze, dann haben wir jetzt eine Mischung, sodass, wenn mein Diffuse Material rot ist, dann haben wir jetzt also eine rote Grundfarbe und darüber dann diesen Glanz, diese Spiegelung von meinem Metall Shader. Und diesen Glossy Shader, den kann man zum Teil hier einstellen. Also ich kann hier auch auswählen, welcher Glossy Shader verwendet wird, ob dieser Glossy Shader zum Beispiel auch eine Farbe hat und wie die Roughness ist. Das kann man aber auch hier drüben machen. Also wenn ich mir jetzt hier die Materialeinstellung hier anschaue, dann haben wir jetzt also einen Faktor, den wir ja auch hier haben, also wie stark die beiden Materialien miteinander vermischt werden. sodass hier, wenn der Faktor 1 ist, ich jetzt nur noch mein Glossy Material sehe oder wenn ich den Faktor auf 0 stelle, und das kann ich jetzt entweder hier machen oder auch hier, also wenn der Faktor 0 ist, dann habe ich nur noch mein Diffuse Material. Und so kann ich hier nicht nur den Faktor einstellen, sondern kann auch hier die Roughness von diesen beiden einzelnen Shadern einstellen, kann die Farbe verändern und so weiter. Und wenn ich diesen Shader loswerden will, dann kann ich den entweder hier löschen oder ich gehe hier hin zu Shader und dann zu Link und zwar Remove. Und damit wurde dieser Shader jetzt gelöscht und ich habe jetzt nur noch meinen Diffuse Shader. So, das heißt, jetzt nehme ich mal einen anderen, also Shader, nehmen wir nicht Diffuse, nicht Glossy, sondern nehmen wir mal Glas. Mal gucken, was passiert. Also Glas kommt hier rein, wird gemixt, sodass wir jetzt hier ein etwas transparentes Objekt haben. Je stärker der Faktor ist, desto transparenter wird natürlich hier dieser Kopf auch. Und auf diese Weise kann man mit diesen Shadern, mit diesen Nodes meine Materialien einstellen. Jetzt haben wir bei diesem Material Output Node nicht nur den Eingang für die Oberfläche, sondern auch für Volume. Also falls man ein volumetrisches Material verwendet, also zum Beispiel so Wolken oder Rauch oder so, dann könnte man hier auch da das entsprechende Input geben. Und darunter hat man noch Displacement. Und Displacement ist im Grunde das Äquivalent zu der Bump Map. Das heißt, hier kann man jetzt eine Textur einspeisen, die dann die Beschaffenheit der Oberfläche regelt. Also jetzt gehe ich mir mal raus und drücke Shift-A. Und jetzt habe ich hier bei Add die Textur und kann hier entweder eine Bildtextur verwenden oder zum Beispiel eine Noise-Texture. Gehe mal etwas hoch. Und dieses Noise müsste jetzt hier auch auftauchen. Und tatsächlich, wir haben hier jetzt bei den Textureigenschaften einen Textur-Node, nämlich die Noise-Texture. So, da kommt eine Farbe raus und ein Faktor. Und da das hier auch grau ist, da vermute ich doch mal, da stecke ich doch mal Faktor in Faktor. Also Faktor kommt hier bei Displacement rein. Und wenn man das etwas rendern lässt, dann sieht man, wie hier jetzt diese Oberfläche so wellig wird. Und wenn es jetzt wirklich eine ganz kleine, rauschige Oberfläche werden soll, dann kann man die Skalierung verändern. Und zwar ist das hier genau umgekehrt. Hier muss man nicht jetzt etwa etwas Kleineres eingeben, also 0,1. Das hätte genau den gegenteiligen Effekt. Nein, hier muss ich statt Scale 5 zum Beispiel 100 eintragen. Und wenn ich das mal durchrennen lasse, dann kann man vielleicht gleich erkennen, dass das hier so eine kleinteilig geriffelte Oberfläche wird. Das erkennt man jetzt schlecht. Und zwar liegt das unter anderem an diesem Glasmaterial. Deswegen lösche ich das mal. Drücke jetzt also X und X und verbinde das hier, sodass wir jetzt hier die Oberfläche haben. Und bei 30 Samples sieht man jetzt auch langsam, dass wir hier jetzt diese geriffelte Oberfläche haben. So, ich zoome jetzt mal rein. So, und hier kann man jetzt sehr schön sehen, wie diese Noise Texture die Oberfläche mit einem Displacement verändert. Und so kann man also mit diesen Nodes sehr schön seine Materialien einstellen. Und das Schöne bei diesem Node Tree ist, dass man eben genau sieht, wo passiert was. Das heißt, man hat nicht nur einen ganzen Haufen von Einstellungen, sondern durch diese Nodes kann man also genau verfolgen, an welcher Stelle wird eine Farbe eingestellt, an welcher Stelle kommt eine Transparenz hinzu, an welcher Stelle wird eine Displacement-Textur behandelt und so weiter. Also insofern sind diese Material-Nodes wunderbar, um ein genaues visuelles Feedback über sein Material-Setup zu kriegen. Und nicht nur die Materialien verwenden diese Nodes, auch die Lampen und auch die Welteinstellungen, die können mit diesen Nodes bearbeitet werden. So, deswegen gehe ich jetzt hier mal ein bisschen raus und teile mir das, denn ich möchte trotzdem noch hier meine normale Solid-Shading-Ansicht haben. Also wir haben jetzt hier diesen Solid-Viewport und ich kann die beiden Lampen auswählen. Und statt diesen Area-Lights möchte ich das jetzt mal umstellen. Und zwar zu einer Sonne. Also ich lösche jetzt mal dieses Area-Light hier mit X-Delete, habe jetzt nur noch dieses Area-Light und gehe mal zu den Lampen-Einstellungen. Also hier, die Lampen verwenden auch Nodes. Beziehungsweise kann ich hier nochmal einstellen, dass sie Nodes verwenden. Also Use Nodes. Und damit sehe ich jetzt hier die Einstellungen für die Nodes sowie das Node-Setup hier oben. So, und ich nehme jetzt mal dieses Area-Light und ändere das in eine Sonne. Und sofort wird alles furchtbar hell. Und das liegt daran, dass die Sonne anders berechnet wird als das Area-Light. Und bei der Sonne kann man die Stärke eigentlich bei 1 lassen oder zumindest irgendwas in der Gegend. Also 1 oder 2 oder so. Also das ist eigentlich die ausreichende Einstellung für die Sonne. Und das ist jetzt viel zu hell. Und das liegt daran, dass die Sonne anders berechnet wird als das Area-Light. Also bei der Sonne kann man viel geringere Stärken verwenden als beim Area-Light. Also setze ich das mal runter auf, sagen wir mal, 2. Ich zoome auch mal ein bisschen rein. So, also das ist jetzt unsere Sonne. Das sieht allerdings überhaupt nicht wie eine Sonne aus. Und das liegt nicht nur am Licht, das liegt vor allem am Schatten, den diese Sonne wirft. Dieser Schatten, der ist ja, wie wir wissen, genauso wie im Blender, abhängig davon, wie die Sonne rotiert ist. Also wo die Sonne sitzt hier in der Position. Das ist also total egal. Die kann auch hier unten sein. Wichtig bei der Sonne ist nur, aus welcher Richtung die Sonne scheint. Sodass, wenn ich jetzt hier die Sonne rotiere um die Z-Achse, verändert sich jetzt auch der Schatten. Aber es sieht natürlich immer noch nicht wie eine Sonne aus, denn ganz typisch bei der Sonne ist, dass die Sonne scharfe, parallele Schatten wirft. Und das kann man also von dieser Sonne hier wirklich nicht behaupten. Das ist also ein ganz diffuser Schatten. Und das liegt an der Größeneinstellung, die ich hier vorhin für das Area Light vorgenommen hatte. Und wenn ich eine Sonne normal erzeugen würde, dann wäre die Größe 1. Also 1. Aber auch das sieht bei weitem noch nicht wie eine Sonne aus, denn erstmal muss ich den Sonnenschatten, beziehungsweise die Größe von der Sonne, ganz klein einstellen. Also 0,01 zum Beispiel. Und jetzt sieht das schon viel mehr wie Sonne aus, denn hier kriegen wir jetzt diesen scharfen Schatten, der erst hier weiter hinten ausfranst. Also das wäre so eine ganz typische Einstellung für die Sonne. Könnte 0,01 sein oder 0,03. Also das liegt einfach daran, wie sie diesen Schatten haben wollen. Aber ich lasse es mal bei 0,01. Aber richtig realistisch sieht das immer noch nicht aus. Und Grund dafür ist der graue Welthintergrund, den wir hier noch haben. Also wenn ich hier mal hochschaue, das ist alles grau, grauer Himmel, aber gelbe Sonne. Erstmal die Farbe ändern. Etwas helleres Gelb. So, aber wie gesagt, also ein grauer Himmel. Sieht also nicht realistisch aus und vor allem nicht schön. Deswegen wäre jetzt der nächste Schritt, nicht nur die Nodes von der Sonne anzupassen, sondern vor allem erstmal die Welt einzustellen. Also gehe ich zu unseren Welt-Nodes, sage Use Nodes und habe jetzt hier eine Surface. Diese Surface, also diese Oberfläche, die hat eine Farbe, nämlich grau. Und auch eine Stärke haben wir. Also wenn ich die Stärke auf 0 stelle, dann ist es schwarz. Und genau das gleiche passiert, wenn ich die Stärke auf 1 lasse und die Farbe auf schwarz stelle. So, also jetzt wird also kein Licht von meiner Welt imitiert, aber das will ich ja nicht. Ich möchte ja einen realistischen Himmel haben. Und es gibt für die Welt in Cycles eine bestimmte Textur. Und diese Texturen, die können Sie natürlich auch hier drüben einstellen. Die kann man aber auch hier vergeben. Und zwar, indem man hier auf diesen kleinen Punkt klickt. Und hier habe ich jetzt zur Auswahl, also Image, Texture, Environment, bla bla bla, und Sky. Und genau das will ich jetzt nehmen. Also Sky, Texture. Und auf einmal wird alles wieder etwas zu hell. Aber wir haben jetzt hier, wenn wir uns mal umschauen, diesen Himmelshintergrund. Nun, zur Zeit ist es noch so, dass die Sonne und der Himmel voneinander unabhängig sind. Und ich hoffe, das ändert sich noch in den nächsten Versionen von Cycles. Aber im Moment ist es noch so, dass man hier den Vektor von dem Himmel, also wir haben ja auch hier einen Bereich, wo es etwas heller ist. Also das heißt, wir haben hier eine Sonne. Ich muss ihn nur finden. Also hier ist es ja etwas heller. Und das kann man also einstellen, hier, indem ich die Richtung ändere. Und diese Richtung, die kann man ändern, wenn man hier, da ist unsere Sonne, wenn man hier auf diese Kugel draufklickt und mit der linken Maustaste diese Kugel dreht, wie einen Ball. Und je nachdem, wie das gedreht ist, haben wir so einmal einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Also das ist eher so eine Nachmittagsstimmung. Und hier haben wir jetzt unsere schöne Abendsonne. Nur das Problem ist, wie gesagt, das ist von dem Sonnenobjekt, also von dieser Sonnenlampe, unabhängig. Das heißt, egal wie die Sonne gedreht ist, das verändert also nicht die Einstellung von meinem Welthintergrund. Und idealerweise verlaufen die Schatten natürlich genau aus der Richtung, aus der auch die Sonne kommt, die wir hier sehen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, von der ich hoffe, dass sie in zukünftigen Versionen von Cycles noch geändert werden. Im Folgenden will ich Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen, was man mit Cycles alles machen kann. Also, ich gehe mal zu blender.org, zu Download Blender und kann jetzt hier noch ein paar mehr von diesen Demo-Files runterladen. Wir hatten ja schon diese Demos zum Kameratracking geladen und jetzt wollen wir aber auch noch diese 261-Demo-Files runterladen. Und das habe ich natürlich schon mal gemacht. Und jetzt bin ich hier in diesem Ordner blender-demos261.1 und gehe jetzt hier mal in diesen Ordner Cycles-Test-Files. Das sind ein paar sehr interessante Dateien und eine der berühmtesten Cycles-Demo-Dateien, das ist dieser BMW von Mike Penn, der ist sehr bekannt. Und ich öffne den jetzt mal und Sie sehen also hier ist ein ganz toller BMW, den man sogar bewegen kann. Der ist also geriggt, so dass wenn ich jetzt hier die Räder nehme und bewege und drehe, dann kann ich hier auch die Reifen bewegen. Aber wie dem auch sei, das Schöne bei dieser Datei ist ja nicht nur der BMW, sondern auch das ganze Setup. Also wenn wir jetzt hier mal, Sie sehen, wir sind ja schon im Cycles-Render-Modus, wenn wir hier mal zum gerenderten Viewport-Shading gehen, dann haben wir hier also diesen BMW und das sieht schon sehr spektakulär aus. Besonders wenn man hier jetzt noch die Räder verstellt. Und durch diese interaktive Preview kann man hier jetzt also wunderbar den besten Winkel von der Kamera suchen. Und wo wir gerade davon sprechen, ich zeige Ihnen noch was. Und zwar, ich drücke jetzt mal 0, schaue durch die Kamera. Also das ist jetzt dieser Kamerawinkel. So, wenn ich jetzt das rendern will, drücke ich auf F12 und kriege das Bild. Logisch. So, aber durch diesen interaktiven Viewport ist es jetzt natürlich so, dass man hier mit seinem Viewport, mit der Navigation hier mittlerer Maustaste, irgendwann mal einen super Ausschnitt findet und möchte dann zum Beispiel genau den rendern. Jetzt kann ich mir das natürlich einfach durchrendern lassen und mit einem Screenshot so speichern, klar. Aber ich kann auch die Kamera an diese Position bringen. und zwar mit dem Shortcut STRG-ALT-0 oder hier bei Align-to-View Align-Active-Camera-to-View. Das ist aber nicht ganz das, was wir hatten. Also es ist ein bisschen anders. Das ist ungefähr die Perspektive, aber so ganz ist es das nicht. Und da gibt es jetzt noch einen Trick. Man kann hier bei View einstellen Log-Camera-to-View. Und was jetzt passiert ist, wenn ich anfange hier mich zu bewegen mit der mittleren Maustaste, dann habe ich jetzt hier die ganz normale Viewport-Navigation. Aber die Kamera folgt eben, sodass ich mich jetzt hier im Viewport orientieren kann und die Kamera übernimmt automatisch diese Perspektive. Das ist also ganz toll. Man darf aber nicht vergessen, das wieder auszustellen, besonders wenn man gerade beim Animieren ist und vergisst, dass man Log-to-Camera-to-View anhat und zum Beispiel noch Auto-Keyframe. Dann kann es also auch schnell passieren, dass man hier ungewünschte Keyframes setzt. Also deswegen nie vergessen, das bei Bedarf wieder auszumachen. Aber das ist jetzt eine von diesen Dateien und Sie können sich auch mal anschauen, wie die Materialien aufgebaut sind. Also das sind hier solche Mix-Shader, wo eine Textur verwendet wird. Zwei verschiedene Shader mit zwei unterschiedlichen Glossy-Materialien, die dann hier so zusammengemischt werden. Dann noch eine ganz interessante Sache bei Cycles ist, dass es hier eine echte Tiefenunschärfe gibt. Also normalerweise müssten wir mit Blender diese Tiefenunschärfe, dieses Depth of Field müssten wir ja faken mit diesem Defocus-Node. Aber hier gibt es jetzt eine tatsächliche, physikalische, echte Kamera, mit der man auch richtige Tiefenunschärfe berechnen kann. Also wenn ich jetzt mal die Kamera auswähle und zu den Kameraeigenschaften gehe, dann kann man hier ein Depth of Field angeben. Und zwar indem man hier einmal ein Fokus-Objekt auswählt, da könnte ich mir jetzt mal dieses Rad zum Beispiel nehmen, das heißt Tire 1, also nochmal die Kamera auswählen, Rad Tire 1 soll mein Fokuspunkt werden. So, TI Tire 1, so, das ist jetzt der Fokuspunkt. Und um jetzt hier einstellen zu können, wie stark dieser Tiefenunschärfeffekt ist, da verwendet man hier diese Aperture Size, also die Blendenöffnungsgröße. Und je größer dieser Wert, desto stärker ist auch dieser Tiefenunschärfeffekt. Das dauert natürlich auch eine ganze Weile zu rendern, aber das ist eben auch ein sehr viel realistischerer Effekt als dieser Defocus-Node, der nur ein Post-Processing-Effekt ist. Und wenn man das eben direkt rendert mit dieser Einstellung, dann kriegt man hier eine sehr schöne Tiefenunschärfe. Aber diese Tiefenunschärfe, die sehen Sie auch nur durch die Kamera. Also wenn ich hier nochmal mich bewege, dann ist es wieder alles ganz normal und alles ist scharf, denn diese Tiefenunschärfe, die ist halt ein Effekt von der Kamera, also von dem richtigen Kameraobjekt. Und die Viewport-Kamera, die hat diese Einstellung nicht. Ich schaue jetzt nochmal durch die Kamera. Könnt ihr hier zum Beispiel auch reinzoomen, und zwar ohne, dass ich die Kamera bewege, sondern einfach nur, dass ich hier diesen Focal-Length-Wert erhöhe. Also einfach ein Zoom-Objektiv verwenden. Weitwinkel wäre dann natürlich zum Beispiel 17. Also hier haben wir jetzt so ein Weitwinkel-Objektiv und wenn ich hier jetzt nah rangehe mit GZZ, dann sieht es also völlig anders aus als vorher. Das ist jetzt so diese typische Weitwinkel-Perspektive. Aber viel mehr kann ich zu Cycles jetzt auch gar nicht sagen, dafür fehlt uns einfach die Zeit. So, wir sind jetzt am Ende der DVD angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das beibringen, aber ich muss leider auch sagen, der Platz der DVD reicht einfach nicht aus, um Ihnen alles beizubringen, was man über Blender wissen kann. Zu jedem Thema könnte man eigentlich eine ganze DVD aufnehmen. Also Modeling, das ist ein riesiges Thema, da kann man ganz viel zu machen. Sculpting, Texturing, Kameratracking, Compositing, Animation, das sind alles Themen, die kann man auf einer DVD wirklich nur anreißen. Aber trotzdem hoffe ich, dass ich Ihnen einen kleinen Überblick geben konnte über Blender und dass Sie ab jetzt auch selbstständig Ihren Weg in Blender finden werden. Ansonsten gibt es ja auch wirklich noch viele, viele tolle Webseiten und ein paar Sachen, die ich Ihnen bis jetzt in diesem Training noch nicht vorstellen konnte, die will ich Ihnen jetzt im Schnelldurchlauf noch mit auf den Weg geben. Und zwar einmal gibt es eine ganz tolle Webseite namens www.blendswop.com. Bin mir gar nicht sicher, ob ich die schon erwähnt hatte. Denn hier können Sie Ihre Blendfiles mit anderen teilen. Und nicht nur Sie können Ihre Blendfiles mit anderen teilen, die anderen können auch Ihre Blendfiles mit Ihnen teilen. Und das ist das Schöne daran, denn hier können Sie sich kostenlos Blenderdateien runterladen. Und in der Regel sind diese Blenderdateien Creative Commons, also Sie können die frei verwenden, man kann die runterladen, man kann die zur Übung anschauen, man kann die untersuchen, man kann die aber meistens auch kommerziell verwenden. Also wenn Sie ein Projekt haben und brauchen, was sehen wir jetzt hier gerade, brauchen dafür eine Gitarre und haben gerade keine Zeit, diese Gitarre selber zu bauen, dann können Sie einfach die hier nehmen, runterladen und in Ihr Projekt einbauen. Meistens ist es dabei natürlich auch schön, wenn Sie dann den erwähnen, der diese Blenderdatei tatsächlich erstellt hat. Aber hier können Sie jedenfalls mal gucken und durchbrowsen, was es hier noch so für Sachen zu entdecken gibt, viele Animationen, hier finden Sie auch viele tolle Rigs, Special Effects, also hier gibt es ganz viel zu entdecken. Dann eine andere Seite, die sehr empfehlenswert ist, ist graphical.org, denn hier können Sie immer die neuesten Blender-Versionen runterladen. Denn die Blender-Version 2.6.1, die ist ja schon etwas älter. Ich will nicht sagen veraltet, aber mittlerweile sind wir schon bei Version 2.6.2, zumindest fast, also noch nicht ganz, aber bald kommt die raus, jetzt wo ich das gerade aufnehme. Aber es gibt eben schon viele neue Features. Es gibt Object Tracking, es gibt neue UV-Tools, Cycles hat sich weiterentwickelt und so wird also ständig an Blender weitergearbeitet, es kommen immer neue Features hinzu und wenn Sie nicht abwarten wollen, bis die nächste offizielle Version erscheint und die erscheinen ja so meistens im Abstand von zwei Monaten, dann können Sie bei graphical.org immer die neuesten Blender-Versionen für Ihr Betriebssystem runterladen. Es gibt hier auch experimentelle Versionen, zum Beispiel hier habe ich gerade eine gesehen, da ist B-Mesh mit drin oder habe ich mich da getäuscht? Ne, hier ist B-Mesh. B-Mesh ist ein neues Mesh-System von Blender und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich was noch alles kommt, was Sie noch erwartet. Also ich mache jetzt Graphical nochmal zu und gehe wieder zu Blender beziehungsweise ich gehe nicht zu Blender, ich gehe nochmal auf meinen Desktop, denn ich habe mir bei graphical.org schon eine neue Version runtergeladen und zeige Ihnen dann nochmal kurz, was noch alles passiert. Also das wäre jetzt so eine neuere Version von Blender, das sehen Sie auch in dieser kleinen Nummer hier oben, 261.3 und eine Sache, die hier anders ist, das ist zum Beispiel das Aussehen der Nodes. Da hat sich noch nicht so ganz so viel getan, da passiert noch viel mehr, aber eine Sache, die kann ich Ihnen schon mal zeigen, wenn Sie hier einen Node haben, dann sind hier oben diese Icons weg. Also das war ja vorher immer etwas nervig, dass man hier aus Versehen auf diese Icons draufgeklickt hat und irgendwas ist mit dem Node passiert. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall und auch wenn ich diesen Node jetzt einklappe mit H, dann klappen auch alle überflüssigen Inputs automatisch mit ein. Und wenn ich den dupliziere, dann bleibt der so, wie er war und ich kann ihn hier wieder reinsetzen. Also das ist so eine Variante, vorher musste man ja mit STRG H diese Inputs verstecken und jetzt wird eben, wenn ich H drücke und der Node eingeklappt wird, dann werden auch diese Inputs automatisch versteckt. Also das ist eine Sache, die anders ist. Dann gibt es noch eine ganz interessante Neuerung, nämlich hier, wenn ich mal schnell den Monkey auswähle, nämlich der sogenannte Remesh Modifier. Schauen wir mal kurz hier bei, wo müsste es denn sein, bei hier bei Generate, Remesh, also neues Mesh erzeugen und das sieht zwar jetzt etwas merkwürdig aus, aber wenn man mal von Sharp auf Smooth einstellt, dann sehen Sie hier eine schöne interessante neue Form, denn Remesh versucht aus hoch aufgelösten Meshes und seien Sie noch so unordentlich modelliert, ordentliche Dinge zu machen. Vielleicht war dieser Monkey ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal den Metaball. Also ich erzeuge jetzt hier mal so ein Geflecht von Metaballs und Sie haben ja am Anfang schon gesehen, diese Metaballs, die erzeugen relativ unsaubere Geometrie. Unsauber deswegen, weil Sie jetzt hier ganz viele solche Dreiecke haben. Und Sie wissen ja, überall da, wo ein Dreieck ist, da kann kein Mesh-Loop sein und das kommt auch beim Subdivision Surface Modeling zu Problemen. Also insofern, das ist keine saubere Geometrie, aber dieser Remesh-Modifier, der versucht eben aus dieser relativ unsauberen Geometrie hier noch ein Geflecht aus Quad-Faces, also aus vier Ecken zu erstellen. Wenn ich das auch nochmal umstelle von Sharp auf Smooth, dann ist es hier also eine relativ saubere Oberfläche, die aber trotzdem die Form beibehält. Und hier mit diesen Reglern kann man noch einstellen, wie detailliert das Ganze passiert. Und wenn ich jetzt mal das applye, dann sehen Sie, das ist zwar immer noch etwas komisch, aber es sind alles Quad-Faces. Also ich kann hier überall mit diesen Mesh-Loopes durchgehen. Und wenn ich hier noch einen Subdivision Surface Modifier anwende, dann wird der auch hier schön weich drüber gelegt. So, also Remesh, das ist eine Neuerung. Dann beim Kamera-Tracking haben Sie den Object-Tracker. Also wenn Sie hier einen Videoclip haben, dann können Sie jetzt nicht nur die Kamera tracken, sondern auch Objekte. Also wenn ich jetzt hier die Kamera tracke, dann wird, wenn ich das jetzt berechne, dann wird anschließend die Kamera gerendert. Und ich kann dieser Kamera dann einen Camera-Constraint vergeben oder einen Camera-Solver-Constraint. aber wenn Sie hier jetzt ein Objekt haben, was sich selbst bewegt, was hier durch den Raum geht, dann können Sie das hier hinzufügen, ein neues Object. Und wenn Sie jetzt die Tracker vergeben, dann werden die an das Objekt gebunden. Also wenn ich hier durch wechsle, das sind also ganz andere Markierungen. Und auf diese Weise können Sie jetzt auch Objekte tracken. Das ist also ganz interessant. Und es gibt noch viele andere Sachen, die hier noch kommen und die hinzukommen. Der Compositor wird in Zukunft noch schneller werden. Also hier gibt es noch viele, viele Baustellen und Sie können sich auf viele tolle neue Features gefasst machen. So, mir rennt zwar die Zeit weg, aber eine letzte Sache, die will ich Ihnen noch zeigen, nämlich die Add-ons. Ich hatte ja schon am Anfang darauf hingewiesen, es gibt hier verschiedene Add-ons, die man aktivieren kann, und zwar in Nutzereinstellungen. Und ein paar will ich Ihnen vorstellen. Also das eine ist Copy Attributes. Wenn Sie hier mal ein Häkchen machen, dann können Sie, wenn Sie hier jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal zwei Empties, also Empty. Ich habe gerade gesehen, da ist noch eine letzte Sache, die ich Ihnen dann auch noch zeigen will. Also wir haben jetzt hier zwei Empties und da stelle ich jetzt mal einen Cube. Also das ist jetzt der Draw Type von diesem Empty und angenommen, Sie haben jetzt ganz viele Objekte, die sollen alle auch so dargestellt werden. Also vielleicht nicht Objekte, sondern Empties. Und normalerweise müssten Sie jetzt ja hier jedes Empty auswählen und den Draw Type ändern. Aber mit diesem Copy Attributes, da können Sie jetzt Steuerung C drücken und haben jetzt dieses Menü, Copy Attributes und können dann zum Beispiel die Draw Options kopieren. Also übernehmen, könnte man auch sagen. Oder Sie haben auch gesehen, hier kann ich auch sagen, Steuerung C, Copy Location. Oder, wenn ich das drehe, Copy Rotation. Und zwar immer von dem zuletzt ausgewählten, also aktiven Objekt. Also das ist Copy Attributes, sehr praktisch. Dann, was haben wir noch? Diese Preferences. Dann, oh, ganz toll ist auch bei Rigging, Rigify. Rigify habe ich Ihnen in dem Rigging Kapitel nicht gezeigt, weil Rigify an sich zwar die Dinge sehr viel einfacher macht, aber bevor man das einsetzen kann, muss man überhaupt mal den Rigging Prozess verstehen. Also bei Rigify kann ich mit Umschalt A bei Armature dann nicht nur einen Single Bone hinzufügen, sondern einen Human Meta Rig, also ein völlig fertiges menschliches Skelett. Und das kann man also anwenden. Und das Schöne ist eben hier, man kann im Edit Modus bei Rigify hier das an sein Modell anpassen. Und anschließend, wenn es darum geht, die Constraints zu vergeben, also noch bevor ich überhaupt die Gewichtung vergebe, gehe ich hier bei den Armature Optionen unten zu den Rigify Buttons und klicke auf Generate. Und das generiert mir ein komplettes, fertiges, funktionsfertiges Rig und meinen Ursprungsrig kann ich löschen. So, das kommt weg und habe jetzt hier ein Rig und Sie sehen schon, hier werden diese Custom Shapes verwendet, damit man die bei uns besser steuern kann. Und wenn ich jetzt in den Edit Modus gehe, könnte ich jetzt hier dieses Rig bewegen und hier meine Objekte animieren. Und dieses Rig, das ist aufgebaut in ganz vielen Layern. Wo haben wir sie denn? Hier, also ganz viele Bone Layers, wenn man hier mal die anderen einschaltet. Also hier, das ist also sehr, sehr komplex und kompliziert und deswegen habe ich das Ihnen in diesem Rigify Kapitel nicht vorgestellt. Aber wenn Sie sich damit mal befassen wollen und Sie Rigging interessiert, dann schauen Sie sich das mal an. Und da gibt es noch ganz viele andere Addons, die hier ganz toll sind, aber fehlt uns wie gesagt die Zeit. Eine weitere Sache, die auch ganz toll ist, hier, Umschalt A, das Speaker Objekt. Dieses Lautsprecher Objekt, das kann Ihnen 3D Sound geben. Also Sie haben hier Sound Optionen, da können Sie also Sound Objekte laden und im Raum bewegen und wenn Sie das dann rendern und eine 5.1 Anlage haben zu Hause, dann können Sie sich das in 3D anhören. Da können Sie also so dreidimensionale Klangwelten erzeugen. Aber damit will ich jetzt auch wirklich das Training abschließen, auch wenn es mir schwerfällt, doch ich hoffe, dass ich Ihnen zumindest ein paar Sachen zeigen konnte und wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg mit Blender und natürlich auch viel Spaß. Klangwelten 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 Klangwelten